Studier mit mir, der Studierenden-Top der Fachhochschule Wiener Neustadt. Heute Lukas Kampicher. Studier mit mir, Mechatronik. Der Beginn der Fachhochschule. Ein Traumstart. Warum ihm der Einstieg ins Studium leicht gefallen ist und was er am FH-System schätzt, erzählt Lukas in Teil 1 unseres Gesprächs. Das war ein sehr lockeres Gespräch und ich habe eigentlich gleich während dem Gespräch dann schon mitbekommen, dass der Aufnahme wahrscheinlich eher nichts im Wege steht. Lieber Lukas, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir ein bisschen über dein Mechatronik-Studium sprechen können. Du bist ja schon im vierten Semester, das heißt, du hast schon einiges zu erzählen. Ich würde aber gerne beginnen in der Zeit, wo du vielleicht noch nicht genau gewusst hast, nach dem Bachelor-Studium, wo es dich hin verschlagen soll. Warum hast du dich denn schlussendlich eigentlich für das Masterstudium Mechatronik entschieden an der Fachhochschule Wiener Neustadt? Für mich war es eigentlich im Bachelor schon klar, dass ich weitermachen werde mit dem Master, also dass ich nicht nach dem Bachelor aufhöre mit dem Studium. Und nachdem mir eigentlich das Bachelorstudium Mechatronik schon sehr gut gefallen hat und das auch das war, was ich vorher machen wollte, habe ich mich auch dafür entschieden, dass ich dann im Master weitermache. Und zwar mit der Spezialisierung Mechatronik-Systems. Ja, das war die Richtung, die mir eigentlich auch im Bachelor schon am besten gefallen hat und deswegen habe ich mich eigentlich gleich vom Ende schon für den Master angemeldet. Das heißt, du warst im Bachelor schon an der FH Wiener Neustadt in Mechatronik und bist dann eigentlich quasi wohl eh vom Bachelor zum Master rübergewechselt? Genau, genau. Und war es für dich eigentlich schnell klar, dass du dich, vielleicht war es bei dir eher die Entscheidung vor dem Bachelorstudium, aber möglicherweise auch nach dem Bachelor und vor dem Master, dass du dich zwischen Uni und Fachhochschule entscheiden musst? Es gibt ja auf der Uni auch viele technische Studiengänge. Ja, also schnell klar nicht. Ich habe am Anfang eigentlich schon immer zur Uni tendiert, nur dann ist mal wer zu mir gekommen und hat gesagt, ja, du könntest eigentlich auch mal auf der FH schauen. Und ich habe mir dann eben das Studienangebot angeschaut und mir ist dieses Mechatronik sehr zurechtgekommen. Das hat es auf der Uni nicht gegeben. Ich habe eben vorher Elektrotechnik gemacht in der HTL und ich wollte eben nicht wieder reine Elektrotechnik weitermachen, sondern mich quasi ein bisschen in die Technik, also verbreitet, vertiefen sozusagen. Deswegen bin ich dann eben auf Mechatronik gekommen und das hat es eben auf der FH gegeben. Da habe ich mir dann auf das Studienangebot angeschaut, wie das ist. Im Unterschied zur Uni eben, dass das mehr Richtung Stundenplansystem sozusagen geht und das hat mir eigentlich auch recht gut gefallen, weil es eben sehr gut durchorganisiert und strukturiert ist. Jetzt bist du dann nach in Summe zehn Semestern mit dem Master fertig. Glaubst du, hättest du das an der Uni auch in zehn Semestern hinbekommen? Ich kann es nicht sagen, ich kann es mir nicht vorstellen. Also was ich von Kollegen höre oder von Bekannten, die auf der Uni waren oder eigentlich immer noch sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das ausgegangen werde, weil gerade die technischen Fächer dadurch meistens länger benötigen. Das heißt, das war schon für dich auch ein Argument oder ein Vorteil der FH, dass du gewusst hast, okay, nach den zehn Semestern, wenn ich jetzt halbwegs brav mitlehren, bin ich fertig mit dem Masterstudium? Genau, das war auf jeden Fall ein Argument, weil ich eben so schnell wie möglich mit dem Studium auch fertig sein wollte. Ja, genau. Jetzt hast du vorher schon gesagt, du warst in der Schule, hast jetzt einen Schwerpunkt Elektrotechnik, hast dann den Bachelor gemacht in Mechatronik und jetzt den Master in Mechatronik. Das heißt, dein Weg ist eigentlich ziemlich klar vorgezeichnet gewesen von Anfang an. Jetzt gibt es aber bei euch auch im Studiengang viele Leute, die vielleicht nicht so diesen technischen Background von der Schule schon haben. Tun sich die am Anfang schwerer oder gibt es da vielleicht auch am Anfang so Einführungsvorlesungen, damit man sicherstellt, dass da alle sich am selben Niveau sind, was das technische Verständnis betrifft? Genau, also was ich mitbekommen habe, es gibt ja auch schon im Sommer so kurze Vorlesungen, wo man sich über den Sommer schon freiwillig melden kann, dass man da ein bisschen reinkommt. Ich habe das mitbekommen, es waren einige dabei, die vom Gymnasium gekommen sind, die haben sich natürlich ein bisschen schwerer getan, auch wenn sie schon irgendwas Naturwissenschaftliches gehabt haben. Aber solche Sachen wie zum Beispiel Elektrotechnik oder Mechanik ist natürlich dann trotzdem schwerer. Das ist sicher leichter, wenn man vor die HTL gemacht hat, aber die meisten haben das dann trotzdem innerhalb von den ersten Semestern sehr gut aufholen können und sind dann auch sehr gut dabei gewesen. Und man hat auch den Unterschied zum Beispiel gemerkt, wenn jemand die Mechanik ATL gemacht hat, hat er sich natürlich dort am Anfang ein bisschen leichter dann dafür mit den Elektrotechnik-Gegenständen ein bisschen schwerer und umgekehrt. Aber alles in allem ist nach ein paar Semestern, ist man dann ziemlich auf gleichem Niveau, würde ich sagen. Du hast dich jetzt beim Bachelor, hast du den Bewerbungsprozess durchmachen müssen beim Master wieder. Nimm uns doch ein bisschen mit, wie hast du denn diese Bewerbungsprozesse so in Erinnerung? Also ich muss sagen, beim Bachelor angefangen war es eigentlich ein sehr angenehmer Bewerbungsprozess. Also wie es für mich fix dann war, dass ich auf die FH komme, habe ich meine Bewerbung online eingereicht und bin dann zu dem Aufnahmetest bzw. zu dem Aufnahmegespräch eingeladen worden. Ja, der Aufnahmetest war eben dieser allgemeine Intelligenztest, wie es ihn oft so gibt. Das Aufnahmegespräch selber mit dem Studiengangsleiter war eigentlich sehr angenehm. Also es war ein sehr lockeres Gespräch und ich habe eigentlich gleich während dem Gespräch dann schon mitbekommen, dass der Aufnahme wahrscheinlich eher nichts im Wege steht. Und wenn im Fall der Fälle es vielleicht doch nicht geklappt hätte, jetzt sowohl im Bachelor als auch im Master, hättest du einen Plan B gehabt? Also ich war zu der Zeit noch arbeitend für ein halbes Jahr nach dem Bundesjahr und ich hätte wahrscheinlich dann ein Jahr quasi weitergearbeitet und hätte es dann noch einmal probiert. Und im Master? Im Master habe ich eigentlich keinen Plan B sozusagen gehabt, aber ich denke, dass ich dann, nachdem ich ja am Ende vom Bachelor schon ein Praktikum begonnen habe und immer noch in der Firma bin, hätte ich wahrscheinlich dann dort einfach dieses eine Jahr normal gearbeitet und dann mit dem Master angefangen. Also nochmal probiert die Aufnahme. Prüfung verschieben? An der FH nicht möglich. Warum Lukas trotzdem die Fachhochschule gegenüber der Uni bevorzugt hat, hört ihr in Teil 2. Also für mich ist es ein Vorteil gewesen. Also mir war es lieber, ich habe in der kurzen Zeit oder in den fünf Jahren quasi ein bisschen mehr einen Stress oder kann mir das ein bisschen so richten, als ich brauche acht Jahre. Wir haben jetzt vorher schon gesprochen über Mechanik, über Elektrotechnik. Also es gibt offenbar sehr viele verschiedene Facetten von diesem Gesamtkunstwerk Mechatronik. Was würdest du denn sagen, wie würdest du das beschreiben, jemandem, der das Studium vielleicht noch gar nicht kennt? Was kann man denn in dem Studium überhaupt lernen oder was macht man denn so den ganzen Tag im Mechatronikstudium? Also ganz allgemein ist es eben eine Zusammenfassung oder eine Zusammensetzung aus den technischen Gegenständen, würde ich jetzt sagen. Also man hat eben das Mechanik, das Elektrotechnik, ein bisschen Informatik, also mit Programmieren. Also wenn man sehr technikbegeistert ist, aber sich nicht zu sehr auf eins spezialisieren will, also zum Beispiel reine Elektronik oder reine Mechanik, reiner Maschinenbau, dann finde ich ist dieses Studium sehr gut, weil man eben einen allgemeinen Überblick über alles hat und auch die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Fachbereichen besser erklären kann oder besser sieht sozusagen. Das heißt, man ist dann so ein technischer Allrounder, kann man sagen? Genau. Aber auf der anderen Seite hast du gesagt, du hast eine Spezialisierung gewählt, das heißt, man kann sich dann schon spezialisieren im weiteren Verlauf des Studiums. Genau. Also im Bachelor kann man sich ab dem dritten Semester eine Spezialisierung aussuchen. Das war in meinem Fall Mikro- und Nanoengineering. Da ist dann quasi alles eben Richtung Mikro- und Nanotechnologie gegangen, zum Beispiel Chip-Herstellung und solche Sachen, also die Produktion, welche Techniken es da gibt und solche Sachen. Und im Master ist dann von Haus aus eben die Spezialisierung zu wählen, also vom ersten Semester weg. Und zwischen welchen kann man da wählen im Master? Ich habe genommen Mechatronic Systems, das ist, sage ich, mehr Richtung Elektrotechnik, Elektronik. Dann hat es gegeben Computational Engineering, das ist mehr Richtung Mechanik, Finite Elemente, Strömungslehre, solche Sachen. Und dann hat es noch ein drittes gegeben, dann muss ich jetzt aber mit dem Namen passen, beziehungsweise was man da genau macht, das habe ich mir eigentlich gar nicht angeschaut, weil es für mich schon klar war, dass ich das Mechatronic Systems nehme. Okay, das heißt, du hast das dritte gar nicht wirklich am Radar, weil eh schon klar war, es wird Mechatronic Systems. Im Laufe des Studiums, welche Lehrveranstaltung ist dir am besten in Erinnerung oder welche hat dir am besten gefallen? Also ich kann grundsätzlich gar nicht sagen, ob ich sozusagen eine Lehrveranstaltung gehabt habe, die mir am besten gefallen hat. Mir haben generell die technischen Lehrveranstaltungen alle sehr gut gefallen. Man hat sehr, sehr viel Neues gelernt. Also ich habe mich bei den elektrotechnischen, elektronischen Vorlesungen immer wohler gefühlt. Also mir hat das immer ein bisschen besser gefallen. Aber ich habe es eben auch super gefunden, dass ich ein bisschen was in Richtung Mechanik dazugelernt habe. Zum Beispiel Finite Elemente Programm und solche Sachen wird auch immer wieder benötigt, wurscht in welcher Sparte. Es hat auch teils Wirtschaftsfächer gegeben, so einen ganz kurzen Einblick geben. Und ich habe auch die eigentlich immer interessant gefunden, weil es eben wichtig ist, dass man einen ganz leichten Einblick zumindest hat. Was würdest du denn sagen, jemand, der wahrscheinlich den Bachelor schon gemacht hat, kann das wahrscheinlich eher abschätzen, aber wenn ich jetzt einen anderen Bachelor gemacht habe, vielleicht auch auf einer anderen FH oder einer Uni, welche Eigenschaften sollte ich denn mitbringen, damit ich mir sicher sein kann, okay, das Studium werde ich positiv absolvieren können? Was ich gesehen habe auf jeden Fall, ist, dass man schon sehr gut dabei sein sollte. Also man sollte sehr fleißig sein. Es ist doch ein Zeitaufwand, gerade durch dieses FH-System eben, dass man die Prüfungen fix hat, quasi fix einen Stundenplan hat, wo man dann eben in den zwei Monaten oder so sehr viele Prüfungen hat, um die man sich halten muss. Also man kann dann nicht, wie auf der Uni sagen, guck, die Prüfung mache ich mal nicht oder so, oder die lasse ich mal aus. Also da sollte man schon sehr fix dabei sein, meiner Meinung nach. Ist also ein Vor- und Nachteil gleichzeitig, ne? Es ist ein Vor- und Nachteil gleichzeitig, natürlich. Ich kann natürlich nicht sagen auf der FH, dass ich die Prüfung auslasse, so wie auf der Uni, nur dafür bin ich halt auch schneller fertig. Also für mich ist es ein Vorteil gewesen. Also mir war es lieber, ich habe in der kurzen Zeit oder in den fünf Jahren quasi ein bisschen mehr einen Stress oder kann mir das ein bisschen so richten, als ich brauche acht Jahre. Aber das ist natürlich für alle unterschiedlich. Und ansonsten wahrscheinlich wäre Verständnis für technische Vorgänge nicht schlecht. Wahrscheinlich Mathematik, wenn man jetzt in Schulfächern denkt. Das auf jeden Fall. Also Mathematik oder technisches Verständnis generell soll, oder auch Interessen natürlich, soll eine Voraussetzung sein. Gerade meiner Meinung nach auch Interesse. Also ich habe dieser Studienrichtung vor allem aus Interesse gemacht. Es bringt sich nichts, wenn ich gut in Mathe bin, aber mich das überhaupt nicht interessiert. Also dann sollten wir das meiner Meinung nach eher nicht machen. Spielt eigentlich Englisch eine Rolle bei euch? Das auf jeden Fall. Also im Studiengang bei uns jetzt selbst nicht. Aber es gibt auch Studiengänge in Weiterrichtung, wenn man zum Beispiel im Bachelor Mechatronik macht und dann im Master Aerospace Engineering, der ist dann nur in Englisch. Aber auch später in der Berufswelt merkt man, dass man immer wieder das Englisch einfach braucht. Aber ihr habt jetzt in eurem Studium keine englischen Vorlesungen zum Beispiel? Englische Vorlesungen haben wir nicht gehabt, nur eben die im Bachelor waren drei Semester, glaube ich, eben eine normale Englisch-Vorlesung. Aber sonst diese technischen Vorlesungen waren alle auf Deutsch. Apropos Vorlesungen, was würdest du denn sagen, wie ist der Prozentsatz? Es gibt ja immer diese Vorlesungen, wo der Vortragende vorne steht und eben referiert und die Studenten hören zu. Und dann gibt es wieder eher diese Vorlesungen, würde ich jetzt mal sagen, mit Workshop-Charakter, also wo man so aktiv mitarbeiten muss oder aktiv mitarbeiten darf, wie auch immer man das sieht. Wie würdest du denn da die prozentuelle Verteilung sehen in eurem Studium? Wie viel ist da eher Frontalunterricht und wie viel ist Workshop-Charakter? Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also ich würde jetzt mal sagen, zwischen 60 und 70 Prozent ist sozusagen die Vorlesung, wo quasi wirklich der Vortragende vorne steht. Aber wir haben ja auch unsere Labors, wo wir diese technischen Dinge dann umsetzen teilweise. Das würde ich jetzt quasi dann mehr als Workshop sozusagen sehen, wo man wirklich im Labor arbeitet. Das wären dann sozusagen die restlichen 30 Prozent. Wie würdest du denn den Umgang beschreiben zwischen dem Schulingangsleiter oder auch den Vortragenden und den Studierenden an der FH und aber auch zwischen den Studierenden untereinander? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt noch nie auf der Fachhochschule Wiener Neustadt war? Wie läuft das so ab, so ein typischer Tag? Wie gehen da die Leute dann miteinander um? Es ist, sage ich mal, jetzt sicher ähnlicher wie in der Schule als wie man auf der Uni wäre. Aber ich finde den Umgang sehr angenehm. Also man kann, gerade wenn man irgendwas benötigt, immer mit allen reden. Also es gibt einen sehr guten Hilfeaustausch untereinander und auch mit den Professoren. Also sobald es Probleme gibt oder irgendwelche Fragen auftauchen, war es nie ein Problem, dass man jetzt die Professoren darauf anspricht. Und die haben immer sehr bereitwillig auch geholfen. Also das ist super. Und auch, ich sage jetzt mal, von privater Natur aus ist der Kontakt zu den Kollegen, ich sage jetzt mal wie auf der Schule, ein bisschen erwachsener halt. Aber das heißt, hast du jetzt zum Beispiel schon auch durch dein Studium Leute kennengelernt, wo du sagst, die kannte ich vorher nicht und jetzt erzähle ich sie zu meinen Freunden? Natürlich, das auf jeden Fall, ja. Vor allem in Bachelorstudiengängen höre ich immer wieder, wie wichtig das ist für die Studierenden, dass sie Praktika absolvieren während des Studiums. Beim Master dreht sich das dann manchmal ein bisschen um, weil die Leute sagen, ich arbeite sowieso neben dem Studium, da brauche ich kein Praktikum mehr absolvieren. Wie ist denn das bei euch? Ist das ein Vollzeitstudium oder arbeitest du daneben? Wie funktioniert das? Also der Bachelor war ein Vollzeitstudium. Das letzte Semester, also das sechste Semester, da hat man dann ein Praktikum machen müssen, in dem man dann quasi seine Bachelorarbeit auch gemacht hat. Das war aber sozusagen für die meisten von uns der Einstieg in die Berufswelt. Die meisten, die dort dieses Praktikum angefangen haben, sind jetzt auch noch dort angestellt in dieser Firma. Ich zum Beispiel bin immer noch in der gleichen Firma angestellt, wo ich auch sozusagen meine Bachelorarbeit gemacht habe und das finde ich eigentlich schon sehr angenehm, weil man hat so diesen Übergang gleich. Das heißt, du bist dann fließend durch die Bachelorarbeit eigentlich schon vom Studienbereich in den Arbeitsbereich gewechselt und arbeitest jetzt eben noch nebenbei, neben dem Masterstudium weiter in derselben Firma. Genau, also das Masterstudium ist eben nicht mehr Vollzeit, sondern berufsmöglichend und da arbeite ich jetzt die letzten zwei Jahre nebenbei in der Firma und ich muss auch sagen, das ist sehr angenehm mit diesem Nebenbearbeiten, weil man hat schon viele Dinge, wo man sich denkt, hey cool, das habe ich schon mal auf der FH gehört oder umgekehrt, hey cool, das habe ich schon mal in der Arbeit gesehen. Also das ist teilweise schon sehr gut begleitend. Kann man gut verbinden. Genau. Wie viele Wochenstunden arbeitest du daneben? Wie viel geht sich da aus neben dem Studium? Die meiste Zeit habe ich 20 Stunden gearbeitet und jetzt im vierten Semester, wo sozusagen wieder die Masterarbeit im Vordergrund ist, habe ich auf 30 Stunden aufgestockt. Gibt es eigentlich viele Projekte, in denen ihr arbeitet im Laufe des Studiums oder sind das wirklich eher Prüfungen, dass man sagt, okay, es gibt jetzt die Vorlesungen und am Ende des Semesters gibt es eine Prüfung dazu? Oder habt ihr auch einfach viele Projekte, die so ein paar Wochen oder so dauern und dann einfach abgeschlossen werden? Also es hat sowohl im Bachelor als auch im Master immer wieder Projekte gegeben. Ist auch ganz angenehm, wenn man mal in einem Fach auch keine Prüfung hat, sondern eben ein Projekt, wo man von Anfang an wirklich mitarbeiten kann sozusagen, dass dann nicht zum Schluss der Lernstress zu groß wird. Und du hast jetzt vorher gesagt, du arbeitest daneben. Da kannst du wahrscheinlich gut einschätzen, wie praxisnah eigentlich die Ausbildung an der FH ist. Das heißt ja immer, die FHs sind ein bisschen praxisnäher als die Unis. Wie würdest du das einschätzen? Ist das wirklich so, dass dann in den Vorlesungen fast nur Dinge vorgetragen werden, die auch wirklich in der Praxis relevant sind? Ich weiß nicht, wie es auf der Uni ist, aber was ich von der FH gesehen habe, würde ich das schon so sagen. Wie ich eben vorhin gerade gesagt habe, mir fallen doch immer wieder sehr viele Dinge auf, wo ich sehe, okay, das machen wir in der Arbeit eigentlich genauso, wie wir es auf der FH gelernt haben. Oder umgekehrt, also ich würde schon sagen, dass das teilweise sehr praxisnah ist. Jetzt hast du vorher schon gesagt, du warst im Bachelor an der FH Wiener Neustadt, du bist jetzt im Master an der FH Wiener Neustadt. Das heißt, ich würde mal daraus schließen, du wohnst in der Nähe. Genau, also ich bin während dem Bachelor noch nach Neustadt zogen, habe aber auch davor sehr nah gewohnt. Okay, das heißt, woher kommst du ursprünglich? Aus Zillingdorf, ca. 15 Minuten ca. von Wiener Neustadt. Okay, und in Neustadt wohnst du in einem Studentenwohnheim oder in einer Wohnung? Nein, in einer Wohnung, ja. Und fährst dann öffentlich zur Fachhochschule oder mit dem Auto? Ja, im Sommer meistens mit dem Rad und im Winter mit dem Auto, ja. Wie gefällt dir eigentlich der Campus allgemein? Was war da dein erster Eindruck vom Bachelor vielleicht auch? Wenn man da so, ich kann mir vorstellen, wenn man so die Schule gewöhnt ist und dann zum ersten Mal so auf eine Fachhochschule kommt, ist ja doch alles ein bisschen größer. Ja, war eigentlich ein sehr imposanter Eindruck. Ich meine, man hat eben, es ist halt doch ganz anders mit den Hörsälen, die riesigen Aulen und so. Also, ich habe eigentlich von Anfang an einen recht guten Eindruck gehabt, auch mit der Bibliothek und das Ganze mit der Mensa. Also, das war eigentlich alles von Anfang an recht super. Und nutzt du die Fachhochschule eigentlich auch zum Lernen jetzt außerhalb von den Lehrveranstaltungen oder erledigst du das lieber eher daheim? Also, das Lernen mache ich meistens eher zu Hause. Also, ich habe auch eine Lerngruppe, beziehungsweise im Bachelor war es noch eine Lerngruppe. Im Master war es dann meistens eher zu zweit oder zu dritt, dass wir uns was angeschaut haben, was ich auch empfehlen kann, weil es sehr angenehm ist oft, wenn man irgendwas zu mehr macht. Für mein Gefühl ist es zu Hause teilweise einfacher, weil man trotzdem auch mehr Ruhe hat noch. Im letzten Teil von Studier mit mir sprechen wir über die Perspektiven, die in der Zukunft auf Mechatronik-Absolventen warten. Also, ich glaube, es ist auch durch dieses Studium ziemlich einfach, einen Job zu finden. Eine Frage, die Studierende sehr oft hören, würde ich jetzt einfach mal so an dich weitergeben. Weißt du schon, was du nach dem Studium damit machen möchtest? Du arbeitest ja jetzt schon. Ist geplant, dass du einfach nach dem Studium auch dort bleibst und weiterarbeitest oder hast du andere Pläne? Genau, also momentan ist es eigentlich geplant, dass ich in der Firma, wo ich jetzt bin, dann eben Vollzeit anfange. Ob das bis zum Ende, was ja nicht mehr lange dauert, bleibt, würde ich jetzt einmal schon so sagen. Wie es dann später ausschaut, also ob ich dann länger in der Firma bleibe oder ob ich dann mal auch über einen Wechsel nachdenke, das kann ich jetzt eigentlich noch nicht sagen. Also da schaue ich, was mir die Zukunft bringt. Welche Jobs wären eigentlich realistisch nach diesem Studium? Was macht man da für Aufgaben oder was macht man da für Jobs? Für welche Jobs ist man da geeignet? Also, ich denke, überall, wo man eine akademische Ausbildung in der Technik hat, kann man dieses Studium auch anwenden. Also, gerade in dieser Branche sind eigentlich immer Arbeiter gesucht. Also, ich glaube, es ist auch durch dieses Studium ziemlich einfach, einen Job zu finden. Also, als Beispiel, zum Beispiel, ich bin bei einer Automobilindustriefirma. Das ist die Great Wall Motor Austria. Das ist ein chinesischer Automobilunternehmer und der hat bei uns einen Entwicklungsstandort aufgemacht, wo ich jetzt Elektroantriebe für Fahrzeuge entwickle. Also, das ist zum Beispiel so eine Sparte, die Automobilindustrie, wo man damit einsteigen könnte. Und was für Sparten haben so deine Kollegen? Weil du jetzt gesagt hast, du bist in der Automobilindustrie. Was haben die Kollegen so? Wo sind die so untergebracht, sage ich mal? Also, es gibt auch Kollegen, die sind zum Beispiel in der Forschungseinrichtung, in der BOTEC, glaube ich, ist, wer, beziehungsweise generell in der Forschungseinrichtung in Wiedern-Neustadt. Verteilt auf die einzelnen Firmen sind ein paar Leute. Es sind auch einige andere von meinen Kollegen in der Automobilindustrie. Ich wüsste jetzt eigentlich gar nicht, was für andere Sachen da jetzt noch von meinen Kollegen sind. Aber ich glaube, die meisten sind eigentlich in Richtung Forschung und Automobilindustrie, was ich so weiß. Du hast schon gesagt, du glaubst eigentlich, dass man mit diesem Studium für die Zukunft ganz gute Chancen hat, Jobs zu finden. Hört man dann eigentlich auch von Absolventen, von früheren Absolventen, was aus denen geworden ist, wo die so hingekommen sind, wo es die so hinverschlagen hat in ihrer Karriere? Vereinzelt hat man mal von Professoren gehört über irgendwelche Absolventen, die auch sehr erfolgreich sind. Zum Beispiel auch in meiner Firma arbeitet ein Kollege, der hat auch vor ein paar Jahren die FH abgeschlossen, auch in Mechatronik. Und gibt es eigentlich auf der Fachhochschule, das ist vielleicht eher im Wirtschaftszweig, aber da höre ich das immer wieder, dass die Fachhochschule auch einen großen Vorteil hat, nämlich, dass man viel netzwerken kann. Dadurch, dass man eine Klasse mehr oder weniger hat, kennt man gleich viele Leute, die in derselben Branche arbeiten. Gibt es eigentlich auch für die Technik, dass man da so netzwerkt und Kontakte knüpft, vielleicht auch für die Zukunft in andere Branchen oder in andere Firmen? Dadurch, dass man, wie du gesagt hast, dass das eben mehr so wie Klassen ist, dass man sich halt trotzdem sicher besser kennt, als vielleicht auf der Uni in einem Riesenhörsaal, dass man dann auch den Kontakt behält und immer wieder mal miteinander ins Plaudern kommt, wie schaut es bei dir in der Arbeit aus und was macht sie es und so. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und das ist auch bei einigen Kollegen bei mir so, dass man immer wieder den Kontakt hat und sagt, wie es eben bei den anderen ausschaut und so. Nachdem du jetzt den Bachelor in Mechatronik gemacht hast, auch den Master in Mechatronik gemacht hast, würdest du aus heutiger Sicht dich wieder für beide Studiengänge entscheiden? Ja, also mir, wie gesagt, mir hat das Studium super gefallen. Ich würde auch wieder das FH-System auf jeden Fall vorziehen, auch wenn ich das Uni-System gar nicht kenne. Aber um die Frage zu beantworten, ja, ich würde es wieder machen. Und hast du dich eigentlich, hattest du so Momente im Studium, vor allem im Master vielleicht auch, wo du dir gedacht hast, puh, also da stehe ich jetzt so an bei der Prüfung oder der Vorlesung oder der Übung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das packen kann. Also im Vorhinein gesehen waren dann doch einige Situationen, wo es sehr stressig war und so. Aber jetzt, wenn ich im Nachhinein drüber schaue, also wirklich, dass ich gesagt habe, das schaffe ich auf keinen Fall, das hat es eigentlich nicht gegeben. Abgeklopft. Der FHWN WordRap. Masterarbeit. Ich bin gerade bei der Masterarbeit. Die hat angefangen eigentlich im März bei mir. Es war heuer so, dass wir dafür auch ein Proposal schreiben haben müssen, dass quasi als Vorbereitung auf die Masterarbeit, als sozusagen als kleines Inhaltsverzeichnis für die Masterarbeit dienen soll, was man alles reinschreibt, um was es geht. Also kleine organisatorische Sachen. Das war im letzten Semester noch verankert und ist eine gute Vorbereitung. Und jetzt ist eben die Masterarbeit und die wird wahrscheinlich im Laufe des Sommers dann irgendwann fertig werden. Und du blickst dir optimistisch entgegen dem Ende? Ja, schon auf jeden Fall. Sehr gut. Vorlesung. Die Vorlesungen, die wir immer noch gehabt haben, waren, wie ich schon gesagt habe, alle recht interessant. Die meisten Vorlesungen im Bachelor waren noch im Hörsaal. Und im Master waren es dann meistens in den Seminarräumen. Das ist natürlich angenehmer, wenn man dann in kleinerer Runde arbeiten kann. Man kommt vielleicht öfters zu Fragen oder zu einem Gespräch oder so, als wirklich eine reine Vorlesung ist. Auslandssemester. Zum Auslandssemester habe ich mir ja früh immer Gedanken gemacht, weil ich es schon irgendwie interessant gefunden habe, dass ich mal für ein Semester das ins Ausland gehe. Ich habe das dann aber eigentlich nie in Erwägung gezogen. Und warum dann doch nicht? Kann ich jetzt so eigentlich nicht sagen. Vielleicht war es dann doch irgendwie zu abschreckend, dass man sich mal da drüber traut und sagt, okay, man geht jetzt mal ein Semester ins Ausland. Da sollte das Englisch dann doch sehr gut sein, damit man sich gerade in der technischen Sprache sehr gut verständigen kann. Und ich glaube, das war für mich dann teilweise ein bisschen zu abschreckend. Campusfest. Haben wir eigentlich jedes Jahr. Und ich habe selber zwei oder dreimal, glaube ich, besucht. Also ich finde, das ist eine sehr angenehme Veranstaltung, wo man super feiern kann. Gerade auch, wenn man viele Leute kennt. Meistens ist es so, dass man auch im Studentenwohnheim zum Beispiel vorher ist. Ja, man lernt teilweise sogar auch Leute dann von anderen Studiengängen kennen. Also wie eben so ein Fest ist, wo die ganze Fahrer, also die ganzen Studiengänge quasi daran teilnehmen. Lieblingsvortragender. Also einen Lieblingsvortragenden gibt es eigentlich nicht. Natürlich hat man mit den ein oder anderen Vortragenden ein bisschen mehr oder weniger zu tun. Beziehungsweise der eine Vortragende macht das Ganze vielleicht ein bisschen besser, der andere vielleicht ein bisschen schlechter. Aber alles im Allem muss ich eigentlich sagen, dass bei uns das die ganzen Semester lang recht gut funktioniert hat. Fachhochschule Wiener Neustadt. Wie ich ja einige Mal erwähnt habe, ich kann die Fachhochschule in Wiener Neustadt auf jeden Fall weiter empfehlen. Gerade meinen Studiengang in Mechatronik. Ich nehme aber auch an, dass die Fachhochschule auch bei den anderen Studiengängen sehr organisiert ist. Und mir hat sowohl das System, die Organisation, der Aufbau vom Campus eigentlich alles sehr gut gefallen. Und ich würde aus dem Grund auf jeden Fall das Studium wieder machen. Ja, lieber Lukas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es waren viele spannende Sachen dabei, die du uns erzählt hast zum Mechatronik-Studium. Für die Zukunft wünsche ich dir alles Gute. Du hast ja noch den Abschluss deiner Masterarbeit vor dir. Aber ich bin sicher, dass wir alles gut für dich enden. Und wie gesagt, für die Zukunft alles Gute. Und vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, ich sage auch, danke fürs Dabeisein und ich hoffe, ich habe einigen Leuten einen Einblick in meinen Studienverlauf geben können. Das war Studier mit mir, der Studierend-Talk der Fachhochschule Wiener Neustadt. Alle Infos zu den Studiengängen der Fachhochschule Wiener Neustadt findest du unter www.fhwn.ac.at Reinklicken und durchstarten. FHWN macht Sinn.